West Ham United wird lange auf den Ex-Dortmunder Andrija Molenko verzichten müssen. Nach Goal-Informationen hat sich der Ukrainer im Spiel gegen Tottenham 0-1 die Achilles-Szene gerissen und fällt mindestens sechs Monate aus. Er lebe die Premier League live und auf Abruf auf der ZN. Jetzt Gratis-Monat sichern. Damit könnte die Saison für den Flügelspieler bereits beendet sein. Kurz nach der Partie sagte Trainer Manuel Pellegrini noch, dass er nicht wisse, wie es um den 28-Jährigen stehe. Weitere Untersuchungen ergaben dann aber, dass es sich um eine schwerwiegende Verletzung handelt. West Ham mit großen Verletzungsproblemen vor der Saison war Molenko für 20 Millionen Euro vom BVB zu den Hammers gekommen. In der aktuellen Spielzeit stand er in neun Premier League-Spielen auf dem Platz. Dabei gelangen ihm zwei Tore. Neben ihm fallen beim Londoner Klub auch Carlos Sanchez, Manuel Lanzini und Winston Reitlange aus. Andi Carroll und Jack Wiltshire stehen dagegen kurz vor der Rückkehr ins Team. Mehr zur Premier League Und in dem Jahr